So, Hallöchen Leute, willkommen zurück zu Resident Evil 5 im Koop. Ich weiß nicht, ob es irgendwo noch einen Schatz. Glaub ich, irgendwie an der Decke. Okay, ne, doch nicht. Okay, never mind. Oh, Gold im Gras. Oh, nice, hat jemand fallen gelassen wahrscheinlich. Oh, auch Schlangen. Das macht deutlich mehr Sinn als Geld, ja. Ja, hallo, ja, endlich. Ja, erst mal das Ei. Wo bist du? Achso. Oh, ja, stimmt. Warte. Na, dann gib mir irgendwas, was du nicht brauchst. Weil, damit wir beide gleich viel Platz haben. Haben wir nicht, also jetzt was du hast. Na, stimmt, ja, stimmt. Es ist drei, so oder so. Äh, irgendwelche Unterlagen. Oh, ein erster Hilfespray. Oh, Gott. Was? Nichts, alles gut. Immer bin ich so hässlich an der Hand. Nein, aber Junge, du kamst auf einmal um die Ecke rum. Äh, okay. Denkst du, es wird was passieren, werde ich nicht lösch? Ah, das sollte normalerweise passieren, aber ich weiß nicht, ob du später daran gedacht hast. Andere kriegst du. Die Schlangen. Wenn du die Schlange haben möchtest. Ja, jetzt darf ich mir so gut wie voll sein. Ansonsten, mhm, mhm. Kannst du mir kurz den ersten Hilfespray mit, wenn wir hier tauschen. So, dann hast du zwei volle, ein halbes, ein halbes, und ich nur zwei volle. Na, okay. Na, da wollte man ja hin, ne? Da haben wir ja in der Karte gesehen. Bevor wir, bevor er ja irgendwie entkommen ist. Ich dachte, es wäre was. Ne, guck, wirklich mal, da kann es sogar wirklich sein. Ich glaube, die machen so was. Oder nicht. Hier, irgendwie, kann ich mir auch vorstellen, bei den Bergen. Ja, die sind teilweise echt böse versteckt, diese Embleme. Und da hinten läuft die Drecksau. Und das ist das Ölfeld. Und dann sind wieder viele Gegnerwellen. Jetzt, äh, da ist schon mal einer. Ei, da ist auch einer. Was ist das? Wo sind die Schützen? Ja, da ist auch ein bisschen Spaß, aber das ist das Gewehr. Ja. Mit dem Gewehr. Das heißt eigentlich ja nur Gewehr. Hier ist oben ein Schrot. Hast du den Schrot? Mhm. Sehr gut. Okay. Peace and quiet hier ein bisschen. Ah, okay. Und die haben sich einfach nur da hinten versteckt. Ne, ich glaube nicht, dass die, dass die Feuerresistent sind. Ah, da. Ja, genau, wenn du das ein exzessives Teil siehst, in den Händen, dann kannst du das auch abschießen und dann sterben sie direkt da. Weil sie in deren Händen explodiert. Auch sehr gut zu ist. Das heißt, dass du nicht mal ruhe, ich das voll abgeschaltet habe, das meine ich. Das werden sie treten können. Das habe ich extra für dich gemacht. Das wollte ich dann machen, aber da habe ich es noch später realisiert. Ah, okay. Wer baut so eine Ölfabrik? Das ist ja nicht so gedacht eigentlich. Ah, da kamen die tatsächlich nochmal vor, ich dachte, sie hätten tatsächlich nur den einen Auftritt gehabt. Ach nee, geht's sogar nochmal Minen. Wie lustig. Ich versuchte auch ein bisschen aufzuhalten. Ja. Okay. Schöne. Ich erwarte nur eins ist weg. Ja. Wir müssen dann. Warte, lass ihn. Ah. Wollte ich mal zeigen, der steht doch dann locker drauf. Ja. Vielleicht versuchen so ein bisschen auf deine Höhe zu bringen. Ich habe ihn eigentlich getroffen. Ah, ich hole ihn hier hoch, ich hole ihn hier hoch. Wo ich gerade hochkletter. Der ist ja an sich dumm wie Scheiße, der Typ. Obwohl, sei mal Spaß noch mit deinem. Ja, stimmt, fährt auch gerade auf. Ja, okay, der kommt zu mir. Ja, genau, jetzt sehr gut. Gemacht. Wo bist du? Lenk ihn mal weiter ab, weil ich bin hier gerade irgendwo. Also ich glaube, ich muss, ich glaube, hier deaktiviert man das zweite. Weil ich sollte Schrot benutzen. Wo ist der? Da ist er. Brenn. Brenn einfach. Komm zu mir. Ne, hä? Was macht der denn? Der ist ja scheiße dumm. Warte, ich drehe es. Ich drehe es. Der ist tot. Sehr gut. Oh, ich glaube, das sollte viel wert sein. Okay, ich habe jetzt das zweite. Das heißt, wir können weiter. Warte, ich glaube, hier sollten noch ein Loot sein. Irgendwo habe ich mal gerade eine Kiste gesehen. Ja, dann gucke ich halt mal rum. Also ich habe hier auf jeden Fall noch hier eine Kiste. Warst du hier schon? Ja, da bin ich ja rüber. Ach so. Ich war halt größtend mit und links. Hier kann ich mir auch vor... Guten Problem. Wir haben nochmal einen. Bei dir? Was mache ich denn jetzt? Hallo? Nein, alles gut. Ich mache das. Ich mache das. Ich habe nur getroffen. Nein, ich meine wegen dem Schuss. Wollen wir den besiegen oder einfach weiter? Ich glaube, wir müssen ihn ja nicht besiegen. An sich ja nicht, nein. Okay, das hat mich erfassen. Naja, er kommt aber in kleinen Schritten hinter uns. Ja, ich muss erst mal hier schauen. Nimm mal einfach mit und renn. Da wollte gerade einen nach uns greifen. Okay, gut. Das war klar. Ey, ich bin ja so gerade vorbeigelaufen. Der Fixer kann ja irgendwo richtig weit nach oben schrünge. Das ist einfach direkt mal hier oben. Josh? Schäber? Du bist hier? Du bist okay? Wie warst du hier? Wir waren in der Porte. Wir wurden attackiert. Und dann, ich kam hier. Wo ist die resten der Team? Das war's. Das war's. Das war's. Wir sind nicht für sie. Ich habe nichts zu tun. Die Daten auf der BOW-Experiment hat eine Bildung. Die Bildung war von Chris' Freund. Ein Freund? Ich werde nicht nachdenken, bis ich nach Irving herausfinde, was hier passiert ist. Let's save the chit-chat für später. Schipper, cover me! Hurry! Cover me, wenn ich das Ende des Endes verletzt habe. Du musst dich entschuldigen. Ich habe ja Pause gemacht. So, auf jeden Fall haben wir hier wieder Josh. Bei der nächsten Gegner machte ich nur die Brandgranate. Achtung. Achso, auch Brandgranate meinst du? Nein, es ist nur eine. Bei der nächsten Gegner machte. Ich habe gerade Splendgranate gesagt, weil das wäre nämlich deutlich wichtiger bei Parasiten. Komm her, hier ist Schrotflinten-Munition. Erst mal ein bisschen tauschen, weil ich habe nämlich Gewehr und du hast Dings. Ich gebe mir das an, tauschen wir automatisch. Na, stimmt. Man kann ja nicht gehen, wenn er bei einem Tonel ist. Ja, und so können wir halt tauschen. Ah ne, das ist nur Handgranate, ich dachte, wir werden auch Schrotflinten. Wir haben jetzt eigentlich total die schnell geklärt. Weil ich, jetzt kam kurz ne Weile ja kein Gegner mehr. Brandgranate. Okay, jetzt kann ich grazen und getroffen. Hinter dir kommen welche. Hier ist noch einer. Ja. Ja. Lass mich hier drüben. Du hast echt wenig Schrotflinten-Munition. Ich muss nicht alles immer über 50 haben. Nein. Naja. Ich meine ja nur für normale Gegner ist das. Und er lebt vor allem einfach noch. Ja. Gewehr-Munition nochmal. Ich rasier's mich schon echt nervig. Ja, bei Teil 4 waren sie schlimmer. Da konnten sie nicht One-Hit machen. Entschuldigung, Josh. Ja. Der arme. Ich hab grad den Gegner angegriffen und er ist in meine Art Angriff reingelaufen und hat auch umgeflogen. Ich bin schon so weit. Ja, ich hab's ja alles schon geklärt. Alle wo da waren. Also, äh, ding. Bei mir war noch ein Parasit. Also, normaler. Ist ja alles gut. Wir müssen ja sowieso wieder warten, wie es scheint. Ach, der ist auch wieder da. Ich hab den Ketten sehen. Ich hab 300 Schuss. Ne, 350 sogar. Der springt aber hoch, ne? Vorsicht. Runter. Ja. Müssen wir nicht Josh geschossen? Ja, ich mein, wenn sie auf uns gehen, dann ist es okay. Tun sie ja auch. Guck. Okay, jetzt müssen wir an dem noch vorbeikommen. Ja, das ist eigentlich easy. Ja, Gewehrregas. Boah, scheiße. Schnell, schnell, schnell. Der scheiß Gegner ist da hochgeklettert. Hab ich gesehen, ich hab noch getroffen den Geschossen. Was? Ich hab noch auf ihn geschossen. Ich auch. Puh. Junge, ist der scheiß Gegner, Alter. Wie hat er so hochgeklettert, der Wichser. Das ist wahrscheinlich, wo er seinen Gewehr machen wird. Ich kopiere das. Und Josh! Sei vorsichtig. Lass uns schnell. Okay. Ich glaub, hier in der Nähe war ein Embling. Ein was? Ein Embling. Ein Emb... Ah, okay. Du hörst mal alles nachladen, würde ich sagen. Ja. Boah. Schau mal. Ja, ich hab ja gesagt, du sollst ein bisschen äh... Boah, wie viel Munition hast du für MG? Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Weißt, wie das auch kommt? Indem ich sie nicht benutze. Du hast nur zwei Waffen. Ja, ich weiß nicht. Naja. Ja, und deswegen solltest du eigentlich mehr Munition haben. Naja, ich sag mal so, ich hab halt die Person mit... Nein, die Pistole. Was? Ich bin halt die Person mit mehr Kampfkraft einfach gesagt. Ja. Aber jetzt, wir könnten doch eigentlich zurück irgendwie, oder? Nee, du kannst nur hier rein. Ich sehe überall items. Warte, ich schau mal. Und die Gegend ist einfach weg, ist nicht komplett weg. Naja, zurück kann man nicht mehr. Naja, zurück kann man nicht mehr. Naja, zurück kann man nicht mehr. Warte kurz. Äh, rechts geht's weiter. Aber hier ist wahrscheinlich abgeschlossen. Doch nicht. Sie ist unend verriegert. Sie ist unend verriegert. Ja. Wird nicht mit mir hier looten. Naja, es reicht ja, wenn einer lootet. Ja, was wenn ich für Munition für dich finde und ich kein Platz mehr habe? Dann ist es so. Ich hab sowieso genug. Okay, ich kann mir schon vorstellen, was passieren wird. Dann laufe ich schon mal weiter. Ich glaube, ich brauch nur einen, um die Katzen zu triggern. Okay. Oh, guck mal, die Blendkramate ist sehr gut. Mh. Blendkramaten ist sehr wichtig. Ja. Okay. Ja. Da ist er. Wait, ist das ... Splendid timing! You two are just in time for the fireworks show! Boom! ich glaube gar nicht mal so schlecht dass du schon gelootet hast haben wir jetzt den zeit limit naja gut weil er schon das meiste gelootet hast macht du das schloss wenn das mal akzeptiert wird auskomme hunde war eine mine was das ding zum naja scheiß hunde ja hallo warum kann ich ja wir müssen beide hin ich dachte man muss da jetzt noch klappen Zeit ging jetzt sogar in dem Chapter. Ja, aber halt Prevision B, naja. Ja, aber ey, immerhin kein einziges Mal gestorben auch. Und viele Gegner wieder. Ja. Na ja, willst du irgendwas machen? Also wir können auf jeden Fall hier wieder das verkaufen. Oh, hat weniger gebracht, als ich gedacht. Ja, ist doch okay eigentlich. Was ich dir jetzt machen kann, warte, geh mal kurz deine Schrotwinde runter. Weil, was ich machen kann, ist... Ja, dann Kapazität. Dass er jetzt wieder voll ist, zum Beispiel. Mhm. Das mache ich jetzt bei meinen Waffen aber auch. Eigentlich bin ich echt zufrieden mit der Kapazität. Ja, ich habe sie ja nur geabredet, damit du wieder voll hast. Nicht, ich meine generell bei allem. Also die höchste Kapazität. Bin ich eigentlich echt zufrieden. Ich eigentlich auch. Ähm... Ja, sollte eigentlich alles gut sein. Na ja, gut, dann würde ich ja sagen, sie muss hier beim nächsten Mal bei Resident Evil 5 im Koop. Bis dann, dann schau. Schau. Ja. Ja.